So, gerade, guck hin, so viel, dass du weißt, was lang geht. Bisschen galoppieren, Hände ran, treiben, 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 Malu, du treibst nicht. Du musst ein bisschen mehr treiben, 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 treiben. So, sitzen, treiben, treiben, treiben. So, sitzen, treiben, treiben, treiben. Rechten Züge ran, linken Geschenkel. Treiben, 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 und wieder sitzen, treiben, 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 und gerade, komm. Setz dich hin, Hände ran, und treiben. Treiben, treiben. Wir entbügelen wieder an den Hopschlag ran, an den Hopschlag ran, guck hin. Gerade, treiben. Gerade. Gut. Komm, komm, tenke, tenke. So, dann jetzt zwei Meter vorher, Angeloppi, ne? Wir sind früher, jetzt treib wieder, treib wieder. So, treib wieder, treib wieder. Komm, 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 treib wieder. So, treib wieder, treib wieder. Dreib wieder, drücken nochmal, komm. An den Hopschlag wieder, gerade, komm. Gerade mal, du, du kommst wieder so streng da rein. Warum reitst du so streng da rein? Reit an den Hopschlag, und komm geradeaus da rein. An den Hopschlag, äußere Hand, an den Hopschlag. An den Hopschlag, an den Hopschlag. Und weiter. So. Komm hier rüber. Komm wieder, gerade. Noch mal, Kombination. An den Hopschlag, weiter rein. An den Hopschlag, und geradeaus, weiter. Reit, rein. So, rein. Und Hände ran. Hint weg, laufen lassen mal. So, noch mal, man, kann aber die Hände da fliegen können. Nicht einfach rennen lassen. Die Hände ran. Und rein. Hände ran. Gerade. Gerade. So.